So umschiffen sie das Fallen. Der Frühling kommt, aber die Bikini-Figur noch in weiter Ferne? Dann wird es Zeit zum Abnehmen. Der Haken, auf dem Weg zum Wunschgewicht lauern viele Fallen. Die Lieblingsjans kneift und der Blick auf die Waage bestätigt den Eindruck, der bewegungsarme und schokoladenreiche Winter hat seine Spuren an Hüften, Bauch und Oberschenkeln hinterlassen. Keine Chance für das Fallen, deswegen nehmen wir uns fest vor, überflüssigen Pfunden mit Nachdruck und Disziplin zur Leibe zu rücken. Doch auf die Lust aufs Abspecken folgt oft schnell der Frust auf Diäten. Das liegt zum einen daran, dass wir uns zu viel vornehmen. Wer in vier Wochen 10 Kilos loswerden und das Traumgewicht dann halten möchte, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Vermeintliche Wunderkuren und Gras-Diäten bringen ebenso langfristig keinen Erfolg. Im Gegenteil, Abnehmen nach der Hauruck-Methode führt unweigerlich zum sogenannten Jojo-Effekt. Seit langem plädieren Ernährungsexperten dafür, die überflüssigen Kilos langsam, aber dauerhaft abzubauen. Dafür ist es unerlässlich, die Kalorienzufuhr behutsam zu reduzieren. Genauso gilt es, mehr Bewegung in den Alltag zu bringen. Nur wenn der Energieverbrauch höher ist als die Energiezufuhr, holt sich der Körper die benötigte Energie aus seinen Fett-Bedepos. Dann speckt er ab. Fest steht, um schlanker zu werden und das hart erkämpfte Wunschgewicht zu verteidigen, müssen wir umdenken. Überwinden Sie den inneren Schweinehund und umschiffen Sie geschickt typische Deadfallen. Deadfalle 1 Stress Wer durchs Leben hetzt, wird schneller dick. Das liegt zum einen daran, dass sich gestresste Zeitgenossen kaum Zeit zum Essen nehmen. Zum anderen greifen sie häufiger zu praktischen, aber sehr kalorienreichen Fertiggerichten. Die Deadfalle, wer im Alltagstrubel das Essen vergisst, wird am Abend von Heilhungerattacken geplagt und plündert dann wahllos den Kühlschrank. Tipp, gönnen Sie sich tagsüber regelmäßige kleine Auszeiten. Und wer tagsüber wenig Zeit zum Kochen hat, sollte die Mahlzeiten im Voraus planen. Morgens können Sie beispielsweise Obst, Gemüse, Schnitze und Trockenfrüchte einpacken. Das sind deutlich gesündere Snacks als der Schokoriegel aus der Kantine. Deadfalle 2 Schlafmangel Wer nachts nur 5 bis 6 Stunden schläft, produziert weniger Leptin. Dieses Hormon ist jedoch zum Abspecken unverzichtbar. Es fördert den Fetthaber im Körper und hemmt den Appetit. Erschwerend kommt hinzu, dass Nachtschwärme mehr Zeit zum Essen haben. Deadfalle 3 Bequemlichkeit Bewegungsmangel gilt als der ärgste Feind unserer Figur. Wer versucht, überflüssige Kilos ausschließlich durch geringere Kalorienzufuhr loszuwerden, ist oft zum Scheitern verurteilt. Der Körper gewöhnt sich sehr rasch an die geringere Nährstoffzufuhr, sodass die Pfunden nur sehr zögerlich putzen. Wird der Energiebedarf aber gleichzeitig durch körperliches Training gesteigert, gelingt das Abspecken viel besser. Als Faustregel gilt, mindestens dreimal pro Woche mindestens eine halbe Stunde Ausdauersport betreiben wie Walken, Jorgen oder Radfahren. Idealerweise machen sie zusätzliches Krafttraining. Keine Sorge, niemand muss am Anfang gleich täglich die Turnschuhe schnüren. Wichtig ist, dass sie anfangen. Sie werden schnell merken, wie gut ihnen die Bewegung tut. Deadfalle 4 Alter, ab 30 lagert der Körper mehr Fett ein. Da Fett weniger Energie verbrennt als Muskelmaße, sinkt der Grundumsatz des Organismus. Und der Grundumsatz bezeichnet die Energiemangel, die der Körper täglich bei völliger Ruhe zur Aufrechterhaltung seiner Grundfunktionen braucht. Dem sinkenden Grundumsatz ist es zu verdanken, dass ein 65-Jähriger weniger Kalorien benötigt als ein 25-Jähriger. Wer sein Gewicht im Alter halten möchte, muss umdenken, entweder weniger essen oder mehr verbrauchen. Deadfalle 5 Feierabend Natürlich ist es gemütlich, mit dem Partner nach Feierabend oder am Wochenende auf dem heimischen Sofa zu sitzen, und Entspannung muss sein. Viele Menschen greifen in dieser entspannten Atmosphäre automatisch zum Bierglas, zur Kippstüte und zum Schokoriegel. Wer Diät hält, sollte konsequent umdenken, eine kleine Portion knabber Zeug in einer Mini-Schüssel verhindert, dass der ganze Tüteninhalt im Magen landet. Und, anstelle zuckhaltiger Cola oder kalorienreicher alkoholischer Getränke könnte ein Kräutertee oder eine Flasche Mineralwasser auf dem Wohnzimmer stehen. Deadfall 6 Große Portionen Verständlich, oft ist die gigantische Familienpizza preiswerter als die kleinere Version, und beim Griff zu Joghurtbechern und Schokoladentafeln im XXL-Format lassen sich ein paar Cent sparen. Das Fatale dabei, wer große Packungen im Haus hat oder sich gewaltige Portionen auf den Teller lädt, ist oft auch die doppelte Menge. Schnellesser haben ebenfalls ein erhöhtes Risiko, dick zu werden. Hastig Verschlungenes registrierte der Körper nicht als volle Mahlzeit, obwohl er längst ausreichend mit Kalorien versorgt ist. Also, im Supermarkt lieber zu kleineren Packungen greifen. Verzehren Sie jede Mahlzeit langsam und in Ruhe. Wichtig, nicht nebenbei lesen oder fernsehen, so isst man automatisch mehr. Deadfall 7 Falsche Vorstellungen Um Kalorien zu sparen, greifen viele zu Biosüßwaren aus dem Naturkostladen oder zu Leitprodukten. Jedoch, biologische Schlemmereien sind nicht weniger kalorienreich. Und das Wörtchen Leit lässt nicht automatisch Rückschlüsse auf den tatsächlichen Kaloriengehalt zu. Besser ist es, beim Lebensmittelkauf einen kritischen Blick auf die klein gedrückten Nährwertangaben auf der Verpackung zu werfen. Hier erfahren Verbraucher, wie viele Kalorien tatsächlich im Pudding, in der Wurst oder in der Pizza stecken.